Jo Leute, Willkommen zu einem neuen Projekt! So Leute, ich sagte mir eigentlich heute, ja wieso nicht mal nach 1000 Jahren wieder ein Video hochladen, ne? Nein Leute, es tut mir so leid, dass ihr so lange warteten mussten, ähm, mu- Alles klar! Ja, das Problem war halt, ich habe ein Intro gemacht für dieses Projekt und das hat irgendwie extrem lange gedauert, keine Ahnung was da los war. Ähm, auf jeden Fall läuft hier im Hintergrund gerade ein Video, äh, oder mehrere kleine Abschnitte. Und Leute, ich glaube ihr könnt es schon irgendwie am Titel lesen, Baro! Leute, ich glaube es hat einen kleinen Zusammenhang mit Baro, also Leute, ja, ich wurde eingeladen mit The Timmy in ein Baro-Projekt. Da sind noch andere 50 Leute drin, alles klar Leute! Ja, ich habe jetzt gerade eben diese ganze Zeit da, ja wie soll ich sagen, ähm, ja, das Intro laden lassen, Thumbbell gemacht währenddessen auch noch. Und, was gab es noch? Ah ja, ich habe die Skins von The Timmy und von mir ganz alleine gemacht, Leute, ganz geilo! Also, ähm, ähm, er hat sich gerade entschuldigt bei WhatsApp, dass er nicht gerade beim Video mitmachen kann, weil, BOOM! Ich habe es vergessen, alles klar! Ja, ähm, Leute, das, wir machen jetzt, also, ich, Digga, ich bin so voller Stress. Also, ich packe euch, ähm, die Regeln und alles einfach unten in die Videobeschreibung, das ist extrem lange, könnt ihr durchlesen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass das, dass ich schon so lange kein Video geladen habe, aber, ja, Leute, ihr wisst ja, wegen dem Intro. Also, und dann halt noch eben, ja, Leute, ähm, bevor eben Varro, also, Varro beginnt, das ist am 10. September, wie ich noch in meinem Kopf habe, ähm, werden ich und Beutes, nennt er sich jetzt, äh, werden wir eben ganz viel, also, Varro-Training und das werden wir dann hochladen. Und er hat ja jetzt auch einen neuen Kanal gemacht, also, Leute, ich verlinke ihn einfach mal, ich weiß nicht, ob er es will oder so. Ach, egal, Leute, YOLO! Da würde ich sagen, Leute, es tut mir nochmal 100% leid, Digga. Es ist, ich wollte es eben nicht so, aber irgendwie hat es 1000 Jahre geladen, ach, keine Ahnung, Leute. Da würde ich sagen, Leute, ciao, Leute, und legt das Video und abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt, Hashtag Like, geil, mehr Spaß.